Musik 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 Man kann es glauben, was Jesus getan hat. Für dich, aber für mich. Jeder, der an ihn glaubt, der hat wirklich ewiges Leben. Das ist eine Garantie. Wir müssen nur auf ihn kreieren, um Gott zu betrachten. Es ist sehr wichtig, glaube ich, zu entscheiden, was wir glauben über Gott. Und über Jesus, bevor es zu spät ist. Jetzt seid ihr noch vor der Entscheidung. Ihr könnt alle Entscheidungen treffen, die ihr wollt, die nicht ausgestrichen sind. Es ist erstaunlich, oder? Es gibt Regeln für Mathematik. Und du musst hier eine Wahl treffen, an welche Regeln du willst. Also man ist ja nicht gezwungen, die Regeln der Mathematik einzuhalten. Und wenn man sagt, okay, ich will die Regeln der Mathematik nicht einhalten. Don't expect the right answer. Also dann darf man aber auch nicht broken God's rules, but we can be put right with God. Wir alle haben missgebaut, wir alle haben Gottes Regeln gebrochen. Aber durch Jesus können wir neu anfangen. In my pocket I have something called turn to God. Ich habe hier Literatur, eine Broschüre. We have some in English and some in German. In Deutsch, in Deutsch, in Englisch. And if tonight you want to know how you can turn to God, be put right with God. Und wenn du Leute wissen möchtest, wie du Gott persönlich kennenlernen kannst. Wie diese Trennung wegkommen kann, die auch in deinem Leben ist. Ich hoffe, dass diese Video-Clips und die Bilder, die du gerade gesehen hast, geben dir eine Idee von was die Ministry of OEC Austria ist all about. Und natürlich, most of what we do ist in Deutschland. Aber wir finden, dass in Deutschland, in Deutschland, eine Programme, both in Englisch und in Deutschland, in Deutschland, creates a very special dynamic. Und wir erreichen large numbers of people from around the world. Wir glauben, dass Open-Air Evangelismus und die use of creative tools of communication ist eine effektive way of sharing the Gospel of Jesus with many people. Und at the same time, it is so important to engage with people on an individual level, to listen to their questions, and maybe the doubts that they have, and encourage them to consider putting their trust in the Lord Jesus. This ministry in the City Center is at the heart of what we do, but there are so many other opportunities as well. And whether we go onto the streets of Vienna or Linz, or any other place, we partner with the local church. And maybe there is an OEC evangelist or one of our teams close to where you live. So I would like to encourage you, check out our international website, visit us on social media, and get encouraged. And we would be thrilled if you would consider partnering with us in evangelism here in Europe. Let us know how we as an international ministry of evangelism can be an encouragement and support to you and your local church in helping you reach people in your community and in your city with the good news of our Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you.